Ich bin die Eva und ich bin im zweiten Lehrjahr. Und ich bin die Leila im vierten Lehrjahr an der Gegenbau-Schule Brien. Wir zeigen euch jetzt kurz, was unser Beruf ausmacht. Wir lernen nur ein sehr traditionelles Handwerk. Es ist eine Mischung zwischen präziser Handarbeit und Musik. Vor allem machen wir hier aber einen Neubau. Die Leila ist gerade am Cellobodenwölben. Da sieht man die Eva, sie setzt gerade einen Stimmstock in ihre Gegen ein. Das Montieren und Klanginstellung von Instrumenten gehört auch zu unserem Beruf. Und auch das Lackieren gehört dazu. Weil es viele alte Instrumente gibt, deren wir auch reparieren und restaurieren.